ich habe hier so lustige metallteile dabei einmal ein umlenker aus dem baller bereich dann ein umlenker mit mehreren funktionen aus dem karpfen bereich und auch noch eine umlenkhilfe und eine mehr oder weniger nur bergungshilfe aus dem karpfenbereich in diesem video zeige ich euch eine situation in der es absolut sinnvoll ist beim boots angeln umzulenken mehr dazu nach dem intro bevor ich auf die situation zu sprechen komme in der es absolut sinnvoll ist umlenker zu benutzen muss ich erstmal die ganzen ruten aufbauen also es dauert noch ein bisschen die ruten da die gehen in diese richtung ja ich möchte aber in diese richtung angeln das heißt wenn richtig viel druck auf die ruten kommt dann biegen die sich nach hinten und wenn ihr dann die bremse oder generell probleme mit der bremse habt und die arbeitet nicht richtig dann kann es passieren dass so viel druck auf die rute aufgebaut wird dass die rute vom ständer runter gerissen wird oder im extremen fall sogar bricht ja und die nächste sache ist beim umlängen habt da sogar noch eine bessere bis erkennung schön gucken ob es fester bohnen ist ja ist fester bohnen so der umlenker ist drin dann geht es nachher von dieser ruten spitze rüber über diesen umlenker zack und darüber und dann kann ich perfekt hinter dem boot angeln die massierung steht und ich werde in diesem bereich ja ein bisschen futter einbringen und dann hoffentlich die falle zu schlagen vorteil für mich ist ich arbeite jetzt kurz mit einer falle die ich langfristig aber zum futterplatz für zwei tage ausbauen kann und das ist jetzt mein plan mal gucken wie es funktioniert bisschen futter mehr kommt da nicht großartig weit das war es gewesen zwei hände voll dann packe ich da ist die gute rauf und dann ist gut gut ist gespannt die schnur geht rüber zum umlenker und von dort aus geht sie nach dahinten ja nach der ganz hinten ich zeige euch mal die situation mit der schnur wie sie aussehen würde wenn was ohne umlenker gemacht hätten dann wäre es übertriebenermaßen so würde es aussehen weil ich nämlich eigentlich hinterm boot angeln und durch dieses umlenken haben wir jetzt eine schöne schnur führung und unsere routen sind safe jetzt noch eine situation die extrem sinnvoll ist wenn man zum beispiel direkt vorm schilf angelt und man möchte die fische nicht im schilf haben nach dem biss nämlich die gezielte fischführung dazu nehme ich gerne umlenker aus dem waller bereich einfach weil sie hier so eine führung haben und die schnur raus gleiten kann dazu setze ich den ständer nicht gerade an sondern schräg ich will dass der fisch im frei wasser reingeht schräg gesetzt so und so schräg setze ich den dann ja und dann kommt der druck von hier und der fisch will weg aus diesem bereich aus dem schilf bereich er will in das tiefe hinein und dann kann ich wenn ich die rute hoch nehme die schnur rüber gleiten lassen sie ist raus aus dem umlenker und ich kann den fisch frei drillen das ist jetzt der plan funktioniert einmal frei so ab zurück zum boot wir kommen ein bisschen zur theorie und praxis für den ein oder anderen wird es alles ein umlenker sein damit kann man schnur umlenken fertig die dinge haben aber noch mehr funktion oder vorteile momentan benutze ich diesen umlenker hier und wir müssen uns mal die ohren betrachten die ohren sind nach außen gerichtet das heißt wenn ich nach dem fisch bis frei drehen möchte brauche ich bloß die route hochnehmen und sie gleitet hier raus und ich habe ein freies drillerlebnis ich muss mit schlauchboot nicht hinterher wenn ich jetzt aber die situation habe dass ich es vermeiden möchte dass die schnur aus versehen raus gleitet oder dass ich vor einem hindernis fische wo ich relativ viel druck auf die route aufbaue dann benutze ich diesen umlenker mit den ohren nach innen gerichtet da kann nicht aus versehen die schnur raus gleiten der nächste punkt ist ich muss aber mit schlauchboot hinterher und das ist aber auch ein vorteil wenn ich vor dem hindernis fische ich bin da schon fast über dem fisch im hindernis nähe das sind die größten unterschiede zwischen diesen umlenkern dann habe ich noch diesen haken hier als umlenker das ist das gleiche prinzip wie mit dem ohr nach innen gerichtet also wirklich aggressives umlenken ich bin verpflichtet mit boot daher zu fahren dieser umlenker ist aber auch gleich eine bergungshilfe für mich wenn ich zum beispiel irgendwo den fisch durch den baum laufen ließ dann kann ich damit die schnur wieder hoch holen und ich kann eventuell den fisch noch retten jetzt erkläre ich euch noch ein paar situationen wo es sinnvoll ist umlenker zu verwenden also kamera geschwenkt rauf aufs blatt die typische situation die wohl schon jeder erlebt hat wir möchten mit unseren guten vorm zelt angeln aber wir haben einen riesengroßen schilfgürtel und wir haben keine rot pot dabei wir angeln mit bank sticks zum beispiel zeigt euch mal die situation wie sie aussehen könnte hier sind unsere guten pop und dann haben wir einen riesengroßen schilfgürtel ein riesengroßen schilfgürtel 30 meter 100 meter oder irgendwas in dieser richtung und wir wollen unbedingt hier hier und hier eine gute bedingung ist ich muss bis hier vorne laufen können oder ich muss ein boot dabei haben hier kommt der umlenker hin zack zack und dann geht es feuerfrei mit den routen umgelenkt zack umgelenkt zack umgelenkt fertig das ist so diese typische situation wo ein umlenker absolut sinn macht eine andere typische situation ist zum beispiel wir angeln an einem fluss der ganz viel meander also kurven gebildet hat und dort lohnt sich der einsatz von umlenker immer also wir haben jetzt hier zum beispiel eine kurve und wir sitzen hier und wir möchten hier angeln wir haben starken boots verkehr wir möchten das risiko nicht eingehen wenn wir geradeaus durch spannen ablegen dass hier in dem bereich die schnur gekappt wird durch starken boots verkehr dann bietet sich die möglichkeit dass wir hier ein umlenker nehmen und die schnur vom ablage ort rüber zum umlenker und dann schön zu unseren rot pot zum beispiel oder so sagen guten ständer zurückführen das ist die nächste einsatzmöglichkeit von umlenker und die momentane situation zeichne ich euch mal ohne umlenker auf wie ich hier vom boot aus angel wir haben hier den uferbereich wir haben hier mein boot die ruten sind hier nach hinten raus wind kommt von hier und ich möchte hier angeln beim biss ohne umlenker würde der druck unterm boot entlang gehen sogar im extremfall und das macht kein normaler mensch muss man ehrlich sein das ist so ein hohes risiko und wenn ich jetzt ein umlenker verwende den setze ich dann immer oberhalb der routenspitze abgelegt die route zum umlenker und dann haben wir schön feuerfrei es ist nichts in gefahr dass das boot durchgeht zum beispiel die routenspitze ist einigermaßen geschützt weil hier kaum druck aufgebaut werden kann und ich brauche auch keine angst haben beim versagen der bremse oder wenn man stott an der bremse dass mir die route bricht und aus dem rot pot gehauen wird das ist der große vorteil bei der jetzigen situation so zu angeln und nicht zu vergessen man hat eine viel bessere bisserkennung also das war es soweit zur theorie und praxis a lot of change been through a lot of day some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain I would say that it's been done So, he is out of the wilderness and there is the beautiful wonderful, wonderful Oh, no hot 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 Oh, no hot 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 Now I have to spend the long time, so I'll get out of the house da ist der kleine und ich glaube es ist damit wohl eindeutig zeit dass ich ein bisschen tiefer gehe von den guten stellungen so eine knutschkugel ist gekommen der ist rund der ist so richtig schön und eine recht erfolgreiche und kalte nacht liegt hinter mir und ist aber auch ein zeichen dafür aufgrund der größe der fische dass ich jetzt doch zusammenpacken sollte und in tiefere bereiche rein angeln müsste das werde ich auch heute machen also ich werde zusammenpacken und dann geht es weiter zu diesem video hoffe ich dass euch die tipps und ratschläge zum thema umlenken ja etwas weiter bringen euch gefallen haben ansonsten lasst ein like ein kommentar da und wir sehen uns bis dann